Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn in diesem Video geht es um das Realme 8 Pro. Das ist jetzt ganz frisch auf dem Markt und ich konnte es vorher schon einige Zeit im Alltag testen. In diesem Video schauen wir uns also an, wie es sich so im Alltag gemacht hat, beziehungsweise was man so für den Preis bekommt. All das und vieles mehr im heutigen Video. Ich würde sagen, let's go! Was mir hier als erstes aufgefallen ist, es liegt wirklich sehr, sehr gut und angenehm in der Hand. Liegt natürlich auch daran, dass die Kanten hier so ein bisschen abgerundet sind. Also das schmiegt sich wirklich sehr gut in die Hand ein. Das Smartphone hat ein Gewicht von 179 Gramm und hat einen sehr schmalen Formfaktor von 8,1 Millimetern. Was natürlich direkt ins Auge springt, das ist die Rückseite. In meinem Fall habe ich hier Infinite Black. Es gibt aber auch noch andere Farbvarianten, aber ich muss sagen, die Farbe sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Des Weiteren haben wir hier auf der Rückseite den Dare to Leap Schriftzug. Der ist natürlich sehr markant, aber ich muss sagen, ich mag dieses Rückseitendesign persönlich sehr, sehr gerne. Ein Vorurteil der matten Kunststoffrückseite ist natürlich auch, dass man hier keine Fingerabdrücke sieht und es natürlich auch so ein bisschen resistenter gegen Kratzer oder sonstige Beschädigungen ist. Werfen wir nun einen Blick auf die Bedienelemente. An der rechten Seite haben wir den Powerbutton sowie die Lauter- und Leisewirbel, die kann man jeweils gut erreichen. Auf der Unterseite haben wir jetzt hier den USB-C-Port, einen 3,5 Millimeter Klinkenanschluss und natürlich Lautsprecher und Mikrofon. Entsperren lässt sich das Smartphone unter anderem auch mit der Gesichtserkennung. Das habe ich eigentlich meistens benutzt und hat bei mir auch wirklich sehr, sehr zuverlässig funktioniert. Und das Smartphone ist dann schnell entsperrt. Eine weitere Möglichkeit ist auch der ins Display integrierte Fingerabdrucksensor. Hier hätte ich mir allerdings gewünscht, dass der vielleicht noch so ein bisschen präziser und schneller funktioniert. Aber kommen wir jetzt als nächstes auf die Vorderseite und zwar zum Thema Display. Hier ist ein 6,4 Zoll Super AMOLED-Display verbaut. Und hier haben wir auch ein sehr schönes Display-Oberflächenverhältnis. Also wenig Display rennt, gerade links, rechts und oben. Unten fällt dieser etwas größer aus. Liegt natürlich auch daran, dass hier die verbaute Technik irgendwo auch verstaut sein muss. Aber nichtsdestotrotz mag ich dieses Display-Oberflächenverhältnis hier wirklich sehr, sehr gerne. Es sieht sehr elegant und modern aus. Wir haben auch oben keine Notch, sondern so eine kleine Punch-Hole-Kamera. Die fällt auch im Alltag wirklich gar nicht störend auf. Also vom Optischen hat mir das auf jeden Fall schon mal sehr gut gefallen. Und auch genauso sieht es aus bei der Bildqualität. Denn die kann sich hier auch definitiv im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. Sowohl von den Farben, die sind hier sehr natürlich gehalten, nicht zu stark übersättigt. Das mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Aber auch vom Blickwinkel, vom Kontrast, der Helligkeit und jetzt auch vom Schwarzbett macht es hier auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Und da man hier ein so großes Display hat, kann man hier natürlich auch zum einen sehr gut spielen. Oder auch Videos schauen, zum Beispiel auf YouTube, Netflix oder sonst wo. Das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, das ist der Punkt Sound. Und zwar haben wir hier keinen Stereo-Sound. Und auch der Lautsprecher an sich, finde ich, könnte so ein bisschen voluminöser sein. Also ein bisschen kräftigeren Sound vertragen. Aber ansonsten macht es hier auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel Spaß, das Display zu benutzen. Jetzt wird es aber auch nochmal spannend. Und zwar kommen wir zum nächsten Thema. Das ist die Kamera auf der Rückseite. Und zwar haben wir hier insgesamt vier Kameralinsen. Los geht's mit der Hauptkamera. Und zwar ist es eine 108 Megapixel-Kamera mit einem Samsung-HM2-Sensor. Des Weiteren gibt es eine 8 Megapixel-Ultra-Weitwinkel-Kamera, eine 2 Megapixel-Schwarz-Weiß-Porträtlinse und eine 2 Megapixel-Makrolinse. Gerade wenn ihr richtig künstlerische Fotos machen möchtet und die vielleicht auch später bearbeiten möchtet, dann empfiehlt sich hier auf jeden Fall auf den 108 Megapixel-Modus zurückzugreifen, da man hier einfach nochmal deutlich mehr Details hat, beziehungsweise man auch noch weiter ins Bild reinzoomen kann. Ich würde sagen, wir schauen uns hier einfach mal ein paar Bilder an, die ich mit dem Smartphone aufgenommen habe. Übrigens, hier geht natürlich auch wieder, ich habe die Bilder nicht nachbearbeitet, nicht extra irgendwie geschönt und so weiter, sondern die kommen so aus der Kamera des Smartphones. Also hier seht ihr jetzt eine breite Palette an Fotos, die ich damit im Alltag gemacht habe, in verschiedenen Situationen mit den verschiedenen Kameras. So habt ihr mal direkten Eindruck von der Bildqualität, könnt ihr doch hier und da das Video mal pausieren, um euch das Bild nochmal etwas genauer anschauen zu können. Aber so kann man hier auf jeden Fall schon mal sehr gut sehen, was also die Kamera mit sich bringt. Und hier muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall wirklich sehr begeistert gewesen, denn man muss natürlich mal den Preis im Hinterkopf behalten, aber man bekommt hier auf jeden Fall eine richtig gute Alltagskamera, finde ich. Die Farben sind etwas kräftiger gehalten, aber im Gesamtlook gefällt mir das hier auf jeden Fall sehr gut. Ihr könnt ja eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Es gibt hier auch noch so ein paar weitere Modi, zum Beispiel den Dreifach-Innen-Sensor-Zoom und da kommt man halt einfach so ein bisschen näher ans Objekt ran. Auch hier an dieser Stelle einfach mal ein paar Bilder. Aber auch einen sehr, sehr coolen Effekt finde ich den Tilt-Shift-Effekt. Auch das könnt ihr direkt einstellen und dann sieht es aus, als wenn das Ganze ein Miniatur wäre. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also da ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Porträts lassen sich natürlich ebenfalls aufnehmen und hier muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall auch sehr zufrieden von der Qualität. Keine wirklichen Ausfranzungen, also ja, das hat mir gut gefallen. Wenn es dann so ein bisschen dunkler wird, dann greift hier natürlich der Nachtbonus ein und an dieser Stelle hier natürlich auch ein paar Beispielbilder. Und ich muss sagen, ja, das kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen, oder? Also ich muss sagen, schlussendlich bekommt man hier eine wirklich richtig gute Kamera für den Alltag und ist eigentlich für jede Situation gut gewappnet. Videos lassen sich hier in 1080p bei 60 FPS aufnehmen, beziehungsweise wenn ihr in 4K filmen möchtet, dann habt ihr hier 30 FPS. Also das ist auf jeden Fall auch, wie ich finde, vollkommen ausreichend für ein Smartphone in dieser Preisklasse. Und hier seht ihr natürlich auch mal ein paar Beispielvideos. Weiter geht's dann mit dem nächsten Punkt und das ist Performance und Akku. Verbaut ist hier der Qualcomm Snapdragon 720G Mobile und dazu gibt es 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Geschwindigkeit und Performance, das geht hier auf jeden Fall in Ordnung. Apps öffnen schnell, nichts ruckelt, Spiele laufen flüssig. Dazu gibt es einen 4500 mAh Akku. Dieser hält bei meiner Benutzung so gute 1,5 Tage. Das kann natürlich bei jedem so ein bisschen variieren, denn jeder nutzt sein Smartphone natürlich auch anders. Was aber, ihr seht schon, 4500 mAh, da kommt man auf jeden Fall einige Zeit mit aus und muss sich jetzt nicht Gedanken machen, wo ist direkt die nächste Steckdose. Aber wenn der Akku natürlich dann doch irgendwann mal alle sein sollte, dann haben wir hier auch ein 65 Watt Netzteil im Lieferumfang und da könnt ihr den Akku auch wieder sehr, sehr schnell wieder aufladen. Und zwar braucht ihr so gute 45 Minuten für 100% beziehungsweise ich glaube 17 Minuten für gute 50%. Also ihr merkt schon, da habt ihr auf jeden Fall wieder schnell genug Power, um weiter zocken zu können oder was auch immer. Nun sind wir auch schon wieder am Ende des Videos und beim Fazit angekommen und alles in allem hat mir das Wiimay 8 Pro im Alltag wirklich sehr gut gefallen. Man bekommt ein schickes Design, ich mag hier auch diese Optik auf der Rückseite sehr, sehr gerne. Eine wirklich gute Alltagskamera und auch ordentlich Akku-Power, damit man jetzt gut durch den Tag kommt. Also preis-leistungstechnisch kann sich das hier auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut sehen lassen. Gerade natürlich hier in Bezug auf die Kamera. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, das ist zum einen der Lautsprecher. Ja, der könnte einfach ein bisschen voluminöser sein und Stereo-Sound wäre natürlich sehr, sehr cool. Und der Fingerabdrucksensor, dieser könnte auch so ein bisschen präziser sein. Alles in allem, lasst mich doch gerne mal wissen, was ihr von dem Smartphone haltet. Und alle weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr weitere Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann, macht es gut. Ciao. 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 Ciao.